Immobilien, Städte, Menschen. Der ULI Germany Podcast mit Gestaltern der gebauten Umwelt, Machern der Immobilienbranche und Persönlichkeiten, die unsere Städte prägen. Herzlich willkommen zum ULI Germany Podcast. Hier widmen wir uns aktuellen Themen der Immobilienbranche und der Stadtentwicklung. Mein Name ist Stefanie Baden. Ich bin Executive Director ULI Germany, Austria und Switzerland und mein heutiger Gesprächspartner ist Dr. Markus Wiedemann. Hallo Markus. Schön, dass du dir die Zeit heute für diesen Podcast genommen hast. Guten Morgen, Stefanie. Beziehungsweise noch nehmen wirst. Markus, du bist Gründer und CEO der Art Invest Real Estate und verantwortlich für die immobilienbezogenen Aufgaben wie An- und Verkauf, Projektentwicklung und Asset Management, sowie die Bereiche Finanzierung, Beteiligungen und Recht. Dazu vertrittst du den Gesellschafter Art Invest Real Estate bei den Beteiligungsunternehmen Design Offices, ILIF und Bitstone Capital. Davor warst du acht Jahre bei Tischmann und zuletzt dort als Geschäftsführer. Du hast an der AWTH Aachen Bauingenieurwesen studiert und an der Uni Leipzig promoviert. Dazu, zu meinem größten Vergnügen, bist du seit 2014 engagiert im ULI Germany Executive Committee und seit 2017 als Jury-Vorsitzender des Leadership Awards. Du bist sage und schreibe erst 43 Jahre alt, verheiratet und hast, wie ich gerade erfahren habe, nicht drei, sondern tatsächlich vier Kinder. Das klingt alles nach einem Leben, in dem wahrscheinlich manche Tage zu wenig Stunden haben. Hat der Tag oft zu wenig Stunden, Markus? Er vergeht sehr schnell, sagen wir es mal so. Also ich glaube, der schlimmste Beruf, den ich mir vorstellen kann, wäre Museumswärter, wo die Zeit nicht vergeht, wenn du einfach da sitzt. Aber nein, die Tage vergehen sehr schnell, sie sind sehr abwechslungsreich und jeder Tag hat seine eigenen Herausforderungen. Das glaube ich dir gerne. Du hast dich ja anscheinend schon ziemlich früh mit dem Thema Immobilienbranche beschäftigt, nämlich bei der Wahl deines Studiums des Bauingenieurwesens. Was hat dich gereizt damals? Also ich glaube, das geht auf eine Prägung von meinem Vater zurück. Mein Vater war auch Bauingenieur und hat mich früh schon auf Baustellen mitgenommen. Ich erinnere mich, eine meiner prägendsten Erinnerungen war, mein Vater war Oberbauleiter beim Fernmeldeturm Düsseldorf, bei dem großen Turm im Medienhafen. Und da weiß ich noch, wie ich als kleiner Junge, drei, vier Jahre alt, mit dem Außenaufzug diesen Betonkern hochgefahren bin. Und mich hat das Bauingenieurwesen und das Bauen immer wahnsinnig fasziniert. Und sofern stand für mich immer fest, dass ich in die Bauingenieurwesen-Richtung studieren möchte. Habe dann allerdings im Hauptstudium meinen Fokus etwas erweitert auf eine Phase davor, die ja die eigentliche Projektentwicklung ist, weil ich das Gefühl hatte, dass man da doch noch ein bisschen mehr Einfluss nehmen kann auf das, was gebaut wird, wie es gebaut wird, wann es gebaut wird. Und heute würde ich mir sagen, vom Bauingenieur zum Tausendswasser. Projektentwicklung, Asset Management, Coworking, Microliving, Venture Capital, das ist ja alles ziemlich viel. Welche Strategie steckt hinter dem breiten Engagement der Art Invest? Tja, ob das eine Strategie ist, weiß ich nicht. Oder ob das einfach gewachsen ist, wie so ein Baum wächst und dann neue Triebe entwickelt. Unser Markenkern, unser Stamm, das ist die Projektentwicklung. Wir glauben, dass man in der Immobilienbranche dann erfolgreich ist, wenn man wie eine Autowerkstatt wirklich alles beherrscht bei der Immobilie, vom Bau über die Vermietung und so weiter. Dann ergibt sich daraus eben Derivate wie das Asset Management im Bestand. Aber man beschäftigt sich natürlich auch mit den Themen, die dahinter liegen. Als Immobilieneigentümer können wir nur Flächen vermieten. Wir wissen aber, dass unsere Kunden im Kern keine Flächen mieten wollen, sondern eigentlich Arbeitsplätze benötigen, die attraktiv sind für ihre Mitarbeiter. Und dann kommt man irgendwo in das Thema Coworking oder Flexible Work, wo man dann eben Unternehmen mehr bieten kann als nur eine Fläche, nämlich eigentlich einen Arbeitsplatz. Und so ist das beim Thema Wohnen das Gleiche. Unsere Kunden brauchen oft auch eben Wohnen auf Zeit für Mitarbeiter, für neue Kollegen, die in Städte kommen. So sind wir dann in das Thema Microliving gekommen, also das Thema Betrieb von Wohnen. Wir machen ja auch jetzt Hotelbetrieb, weil wir sehr viel in Hotels investiert haben, haben den Hotelbetrieb kennengelernt, haben uns da auch engagiert. Und Venture Capital ist einfach so ein Thema, das ist unsere quasi unsere ausgelagerte Research und Development Abteilung, weil wir über unsere Beteiligung Bitstone Capital eben ganz ganz viele junge Unternehmen kennenlernen, die sehr innovativ sind und wir damit die Innovation ganz schnell in unser Haus holen. Also es macht alles irgendwie Sinn und es ist alles irgendwie abgekoppelt von dem eigentlichen Kern und Stamm der Immobilienprojektentwicklung. Was macht denn von all dem am meisten Spaß? Ach, eigentlich macht es alles Spaß und alles hat seine Frustration. In welchem Verhältnis? Naja, also es macht schon alles sehr viel Spaß, vor allem wenn man sieht, wie sich Unternehmen dann eigenständig entwickeln. Das ist eigentlich das Schönste. Also ich weiß noch, wie ich den Kai Pernitzki kennengelernt habe von Bitstone. Wir haben uns zweimal im Zug mehr zufällig getroffen. Daraus ist die von Bitstone entstanden und dann auf einmal ist da ein Unternehmen, was sehr erfolgreich eigenständig in diesem Markt agiert. Oder den Michael Schmutzer von Design Offices, den mein Kollege, der Rüdiger von Stengel kennengelernt hat, noch in der ganz frühen Phase. Wir haben uns dann beteiligt und jetzt ist es ein großes eigenständiges Unternehmen mit über 100 Millionen Umsatz. Und so das Schöne ist, wenn man das sieht, wie dann aus Ideen oder aus eigentlich aus einer persönlichen Beziehung dann eigene große Unternehmen entstehen, die irgendwie eigenständig agieren. Das ist eigentlich so ein bisschen wie, wenn Kinder erwachsen werden. Und das ist eigentlich ein sehr schönes Gefühl. Deine professionellen Kids sozusagen. Sag mal, der Name ArtInvest, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, mit Art verbindet man ja immer Kunst, aber das ist es ja nicht, oder? Was ist es? Was steckt hinter dem Namen ArtInvest? Naja, es gibt die ehrliche Geschichte und die Mystik. Was wollen wir erzählen? Welche möchte ich zuerst hören? Machen wir mal die ehrliche. Okay, die ehrliche ist, als Bauingenieur ist man ja nicht so kreativ und der Rüdiger zu der Zeit ist Volkswirt, da ist die Kreativität auch begrenzt. Aber wir haben uns so ein bisschen in der griechischen Mythologie umgeschaut und da hat uns die griechische Göttin der Jagd, die Artemis, hat uns fasziniert, weil wir das Gefühl hatten, das passt eigentlich zu unserem Geschäftsmodell. Man muss viel Geduld haben, man hat oft nur einen Schuss in Anführungszeichen und man ist ja sehr stark auf der Jagd, nach guten Gelegenheiten, nach dem richtigen Moment und irgendwie hat uns das fasziniert und dann hatten wir eigentlich mal die Idee, das Unternehmen Artemis Investments zu nennen. Dann hatte unser Markenrechtler aber damit Bedenken, Artemis gibt es sehr oft und viel, angefangen bei griechischen Restaurants und nicht enden bei anderen Themen. Und dann waren wir aufgefordert, einen neuen Namen zu finden und dann ist aus Artemis Investments ist dann ehrlicherweise Art Invest geworden. Das ist die Geschichte, die ich auch schon mal so in der Art gehört habe. Weicht die andere extrem ab? Ja, die mystische Geschichte ist, als wir dann das Unternehmen gegründet hatten, hatten wir das eben an Geschäftsfreunde bekannt gegeben und dann schrieb einer zurück, ah, very smart, you're right, investing in real estate is an art, not a science. Also die Mystik könnte man sagen, die Kunst in Immobilien zu investieren, das war aber eher, ist eher eine Mystik, ist nicht die wahre Geschichte. Aber schön. Markus, wenn Projektentwickler die Gestalter der Städte sind, dann haben sie ja auch eine große Verantwortung. Wie stark bewertest du bei der Entwicklung von Quartieren und Immobilien die Verantwortung für die Menschen, die dort ja dann mal leben und arbeiten? Ja, ich glaube, das ist etwas, was uns in der Branche natürlich total umtreibt, weil wir natürlich mit dem, was wir tun, in der Immobilienbranche einen sehr großen Einfluss auf die Lebensqualität im Leben, Arbeiten, Freizeit, Aufenthaltsqualität der Städte nehmen können. Und das ist natürlich auch ein Riesenprivileg. Das haben nicht viele in ihrem Job, dass sie so einen Einfluss nehmen können. Und ich denke, unsere Industrie hat natürlich kurzfristige Verantwortlichkeiten. Die orientieren sich oft an monetären Themen und an Mitarbeiterführung und Rendite für Investoren und so weiter. Aber wenn man sich fragt, welche Verantwortung haben wir als Branche eigentlich darüber hinaus? Neben dem Thema, was hier, glaube ich, jede Branche hat, ist die Frage, der Umgang mit den Ressourcen etc. pp. Das muss sich, glaube ich, jede Branche stellen. Ist, glaube ich, die besondere Verantwortung, die wir als Immobilienbranche haben, die Frage, welchen Beitrag bringen wir eigentlich zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen in Städten. Und das ist ein besonderer Privileg, daran arbeiten zu dürfen. Ist aber auch eine besondere Verpflichtung, sich Mühe zu geben. Und das beginnt bei einem vernünftigen Städtebau oder Stadtentwicklung, den man mit den Städten machen sollte. Und endet nicht bei der Frage, dass man sich mit einer hochwertigen Architektur auseinandersetzt, dass man auch vielleicht mehr Kosten in Kauf nimmt für gute Materialien etc. Weil das, was wir bauen, steht ja potenziell zumindest mal bis zu unserer Pensionierung und hoffentlich darüber hinaus. Und man kann die Verantwortung, die wir da haben, eigentlich gar nicht hoch genug einschätzen für die Gesundheit, für die Lebensqualität der Menschen. Und es ist schwierig zu messen. Und insofern ist es auch ein Thema, was nicht greifbar ist. Aber es ist etwas, was unsere Branche eigentlich in besonderem Maße auszeichnet, diese Verantwortung dafür. Absolut. Ich sehe das genauso. Und man wünscht sich natürlich, dass das in vielerlei Projektentwicklungen auch zum Tragen kommt. Man sieht es ja, dass es nicht immer der Fall ist. Aber ich hoffe sehr, dass diese Verantwortung, diese Aspekte, die du gerade genannt hast, auch wirklich stärker in die Köpfe der Verantwortlichen gerät. Und es sind ja auch oft Kleinigkeiten. Also zum Beispiel, glaube ich, die Frage, was mache ich eigentlich im Erdgeschoss meiner Immobilie? Das ist ja eigentlich eine einfache Frage. Aber wenn ich da Büros mache oder eine Bibliothek oder so von einem Anwaltskanzlei oder so, dann ist diese Fläche eben nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Wenn ich da aber eher eine Gastronomie mache oder was weiß ich, einen Kindergarten oder so, dann hat auf einmal die Immobilie wirkt dann in den Raum, weil sie auf einmal einen Mehrwert für die Bevölkerung hat. Und so gibt es ganz viele Themen, wo man sich fragen kann, wo kann ich vielleicht einen Beitrag liefern oder wo nicht immer nur, was kann die Stadt für mich tun, indem sie mir Baurecht gibt und so, sondern auch mal andersrum fragen, was können wir eigentlich tun? Aufwertung des öffentlichen Raums etc. Also da gibt es ganz, ganz viele Themen, die nicht immer viel Geld kosten, die aber einfach nur, ja, wenn man das Bewusstsein hat, man dann auch das gut dahin aussteuern kann. Absolut. Das heißt, du beziehst dann auch den urbanen Kontext in deine Planung ein. Wo entwickelst du? Das ist ja auch ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Ja, total. Ich meine, das ist ja, also das eine ist, wie sieht dein Haus aus? Aber wenn du drin sitzt, guckst du ja raus. Das heißt, es ist ja eigentlich noch wichtiger, wie sieht es draußen aus? Uns ist das immer sehr wichtig, dass wir das Umfeld mit einbeziehen. A, indem wir uns sozial irgendwie engagieren, zumindestens zu versuchen zu verstehen, in welchem Umfeld wir uns da bewegen. Und B, aber auch, dass wir schauen, dass wir das Umfeld aufwerten. Entweder es ist der öffentliche Raum oder wir gärtnern etwas oder wir machen Kunst im öffentlichen Raum. Aber irgendwie, dass wir auch nach außen wirken, das ist, glaube ich, wichtig. Und da sind viele Kollegen auch der Meinung. Und das ist schön, dass sich das so langsam auch in der Branche durchsetzt. Du bist Kölner und du lebst in Köln. Wie beurteilst du die Entwicklung auf dem Kölner Wohn- und Gewerbe-Immobilienmarkt im Moment? Also Köln speziell hat interessanterweise, weil immer so ein bisschen ein Schattendasein in den Märkten, hat unheimlich aufgeholt. Von, ist zum Beispiel eine Leerstandsrate deutlich niedriger als Düsseldorf, von den Mietsteigerungen höher als Düsseldorf. Das war nie so. Wir waren eigentlich immer hinter Düsseldorf in den Märkten. Weniger dynamisch. Das ist natürlich auf der einen Seite gut, weil es heißt, für unsere Investoren, dass Mieten etc. eben steigen. Das ist aber auch genau das Problem für die Städte. Und in Köln ist es eben so, dass Wohnraum tatsächlich knapp wird, genau wie Büroraum. Und das ist dann schon immer auch eine gesellschaftliche Frage, wie man dem Thema begegnen kann. Und Köln hat sich ja selber auferlegt, nicht in die Höhe wachsen zu wollen, sondern nur noch an ganz ausgewählten Standorten. Und da muss man sich die Frage stellen, ist das jetzt besonders schlau, wenn ich eigentlich eine große Flächenknappheit habe? Und gerade Köln hat fast keine unbebauten Grundstücke mehr in der Innenstadt. Also selbst wenn ich neu baue, ich ersetze eigentlich nur, was da war. Und im Zweifel wird es höherwertiger und damit teurer. Und das ist, so wie für alle anderen Metropolen, für Köln auch im Moment eine besondere Herausforderung mit dem großen Druck auf den Wohnungsmarkt, auf den Büromarkt, aber auch auf dem Gewerbemarkt. Also auch die Gewerbetreibenden brauchen am Ende Flächen, wo sie auch mal Krach machen können. Auch der Schlosser muss mal irgendwo auf Metall hämmern können, ohne dass direkt einer die Polizei ruft und sagt, der hat mich gerade um sieben Uhr aufgeweckt. Sag mal, was sind denn für dich die Herausforderungen im aktuellen Marktumfeld als Projektentwickler? Es gibt ja viele Themen, die euch beschäftigen müssten. Was sind so die Hauptherausforderungen? Ja, es ist eigentlich ganz interessant. Über die letzten zehn Jahre haben sich die Themen total gewandelt. Als wir angefangen haben, war Kapital das große Thema. Wo bekommst du Eigenkapital und Fremdkapital für die Projekte her? Das war eigentlich, es gab 2010 viele Opportunitäten zu kaufen, aber es war ganz schwierig, Kapital aufzutreiben. Das hat sich sehr gewandelt. Die Hauptprobleme, die wir heute haben, liegen einerseits in einem vernünftigen Grundstückseinstand, weil die Preise einfach unglaublich gestiegen sind. Und es liegt daran, oder eine Knappheit ist, überhaupt die Bauunternehmen zu finden, die es bauen, zu einem halbwegs verlässlichen Preis. Es ist ganz schwer geworden, Baupreise zu kalkulieren, auch für die Bauunternehmen selber. Und das ist im Moment tatsächlich eine große Knappheit. Das Thema Vermietung, Verkauf ist in der jetzigen Marktphase noch relativ einfach. Es ist interessant, weil das war immer das größte Problem. Und das Bauen war eigentlich nie so ein großes Thema. Das hat sich so ein bisschen gewandelt. Und so ist es eigentlich interessant, dass sich so über die zehn Jahre, so alle zwei, drei Jahre die Schwerpunkte so verlagern und immer wieder neue Herausforderungen kommen. Und wahrscheinlich geht es irgendwann wieder von vorne los. Kommen wir mal von der Projektentwicklung aufs ULI. Du bist seit zwei Jahren der Jury-Chair unseres Leadership Awards und hast schon in dieser kurzen Zeit, ich sage mal, unsere kleine und feine Veranstaltung zu einem ziemlich prominenten Gala-Event gemacht und auch sehr unterhaltsam. Wenn man dich so auf der Bühne erlebt, Markus, hast du da schon öfter gestanden oder haben wir da irgendwie ein Talent getriggert? Also das kann ich nicht beurteilen, aber ich kann nur sagen, ich wurde früh ins kalte Wasser geschmissen. Als ich als junger Assistent in Leipzig angefangen habe, da war ich gerade 23 geworden nach meinem abgeschlossenen Studium. Und wir mussten mit vier Assistenten den gesamten Lehrstuhlbetrieb schmeißen. Und meine Vorlesung war Hochbau, Tiefbau, Erdbau im Audimax. Und so stand ich dann als ganz junger Mann. Auf einmal habe ich mich im Audimax wiedergefunden und musste dort meine ersten Vorlesungen halten, was für mich natürlich unfassbar herausfordernd und aufregend waren. Aber ich glaube, es war auch eine gute Erfahrung, so ins kalte Wasser geschmissen zu werden. Sag mal, nochmal auf Artemis zurückzukommen, ist mir eben eingefallen. Das ist nämlich die griechische Göttin, die nicht nur für die Jagd, sondern auch als Hüterin der Frauen stand. Wie siehst du denn das Thema Frauenentführung in der Immobilienbranche? Also ich muss sagen, ich freue mich darüber wahnsinnig, dass wir jetzt unglaublich viele wahnsinnig talentierte, junge Frauen in unserem Unternehmen haben. Das Interessante ist ja, dass sich diese Immobilienbranche, ich sage jetzt mal, in den letzten 20 Jahren extremst entwickelt hat. Als ich angefangen habe in dieser Branche, gab es überhaupt gar keine Ausbildung für Immobilienwirtschaft. Die gab es an der EBS, das war so ein kleiner Nuclus für Kaufleute, aber ich als Bauingenieur oder so hatte überhaupt keinen Zugang zu dieser Branche. Das hat sich entwickelt, das war eher oder ist immer noch in den älteren Semestern eine männerdominierte Branche, aber das sehen wir auch in den Studentenzahlen und in den jungen Leuten, die sich hier bewerben. Frauen haben dieses Feld für sich erkannt und erobert und es ist etwas, wo auch Frauen unglaubliche Stärken entwickeln, weil es bedeutet, dass man sehr strukturiert arbeiten muss, dass man strategisch arbeiten muss und wir haben interessanterweise insbesondere in unserer Bauabteilung eine extrem hohe Frauenquote. Das hätte man jetzt vielleicht gar nicht vermutet, aber also ich bin wirklich froh, dass wir so einen großen Talentpool an jungen Damen haben, die hier Unglaubliches leisten. Und kommen die auch irgendwann mal in absolute Top-Führungspositionen bei euch? Ja. Das ist ein Wort, das ist ein Wort. Ja, wir haben ja, ich glaube es sind 5,3 oder 5,6 Prozent Frauen in Führungspositionen in, ich glaube 22 börsennotierten Immobilienunternehmen in Deutschland. Das ist natürlich Peanuts, das ist gar nichts. Und die berühmte gläserne Decke existiert. Und da gibt es natürlich, da können wir jetzt auch ewig drüber diskutieren, es gibt viele Gründe dafür. Manche liegen auch bei Frauen selbst, aber auch bei den gegebenen Umständen, dass sie nicht weiterkommen. Ich denke, da müssen wir eine Menge tun. Ja, aber ich glaube, das liegt vielleicht daran, dass vielleicht auch die Männerquote, wenn wir auf die Expo gehen oder so, auch in so einem Verhältnis in der Branche existiert. Und dann ist es ja keine gläserne Decke oder eine Ausgrenzung, sondern ist es ja eher, ich sage jetzt mal, ein prozentualer Wert, der sich dann eben auch in solchen Kreisen widerspiegelt. Aber wenn man sich die jungen Leute anschaut und wenn ich mir unser Unternehmen anschaue, dann haben wir jetzt fast 50 Prozent Frauenquote. Aber eben die weiblichen Führungskräfte sind eher noch jung. Und ich wage die Prognose, dass wir in zehn Jahren bestimmt eine Quote von annähernd 50 Prozent auch in den Top-Führungskreis haben werden, weil sie einfach ganz natürlich jetzt heranwachsen und in diese Position reinwachsen. Wir werden es erleben. Ich hoffe es. Meine letzte Frage, die ich etablieren möchte, Städte haben ja auch alle einen Fußballverein. Jetzt habe ich mir eben überlegt, einem Kölner die Frage zu stellen nach seinem Verein, ist natürlich total blöd. Wie wird der FC sich schlagen, Markus? Tja, du meinst jetzt am Wochenende gegen Mönchengladbach? Das Derby. Insgesamt und überhaupt. Also insgesamt wünsche ich dem FC Köln und auch der Stadt Köln, dass sich der FC endlich irgendwie in dieser ersten Liga etabliert. Der muss da nicht auf den Top-Drei-Plätzen spielen. Aber so ein einstelliger Tabellenplatz, finde ich, gebührt diesem traditionsreichen Verein und dieser wunderschönen Stadt. Diese Auf- und Abstiege sind unfassbar kräftezehrend für so einen Verein. Und ich finde, die Moral ist sehr gut. Man hat es ja auch gesehen, dass fast alle Spieler trotz des Abstiegs geblieben sind, weil sie an den Wiederaufstieg geglaubt haben. Und das finde ich auch eine tolle Moral. Die hatten alle super Angebote, aber haben gesagt, nein, wir haben den Abstieg verborgt. Wir steigen jetzt auch gemeinsam wieder auf. Ja, aber es ist, der Fußball ist ein Riesenzirkus geworden, wird unheimlich kommerziell. Und um da mitzuhalten, muss man sich natürlich als Verein echt was einfallen lassen. Gerade weil Köln für sich die Entscheidung getroffen hat, keine dominierenden Investoren aufzunehmen. Und money makes the world go around. Das gilt leider auch im Fußball. Und insofern wird es immer schwieriger, sich auf den Topplätzen zu halten. Aber wir glauben daran und wir sind da immer optimistisch. Ja, ich kann mich ja outen. Als Kölnerin geht mir das natürlich genauso und ich zittere ebenso mit. Damit sind wir am Ende, lieber Markus. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Ich danke den Zuhörern und hoffe, dass sie uns in dieser ganz neuen und jungen Podcast-Reihe auch treu bleiben. Vielen Dank, Stefanie. Danke. Tschüss. 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 Tschüss.